Es gibt noch mehr Aufgaben in Granny die ich noch schaffen möchte. Einmal mit dem Glitch. Und zwar müssen wir jetzt hart schaffen. Oh, well, haben wir einen Normal eigentlich schon geschafft? Egal, das kommt wieder noch nach. Auf jeden Fall kommt jetzt erstmal. Halt! Mein Zahn tut gut. Scheiße. Okay, dann muss ich gleich noch versuchen, in diesem Glitch zu. Und aus irgendeinem Grund mache ich da immer gerne das. Ich weiß auch nicht warum. Das ist mal leise. Jetzt sehen wir uns gleich, wenn es geklappt hat. Versuch 1 hat nicht geklappt. Tag 2. Also sie hat gerade die Tür aufgemacht. Ist aber nicht reingekommen. Oder das. Und dann können wir den Fabrik mitsehen. Live. Das ist nicht toll. Und der ist daneben gegangen. Sollte ich eigentlich auch mal auf den Grealish-Songen reagieren? Ich glaube, das mache ich dann demnächst mal. Boah, Versuch 3 hat auch nicht hingehauen. Ich bin mir nicht mal sicher, wie wir das schaffen. Dann würde ich jetzt mal eben versuchen, schon mal frei rumzustreuern. Jetzt hoffentlich ist er auch um den Glitz. Ich sehe auch gut. Ich sehe auch gut. Ich bin fiiiine. Nein. Nein, ich will nicht so. Nein. Das hat mich ... Ja. Oh mein Gott. Oh, hab ich mich erschrocken. Ich hab gedacht, die sieht mich nicht mehr. Tag 5. Wow. Kann echt viel helfen. Okay, ich hab jetzt erstmal da draußen nachgelassen. Nichts ist der Verdacht auf. Nicht fällt. Der Similatis. Der Similatis. Nein. Schade. Das müssen wir ja nicht unbedingt sehen. Und ... Mehr ist es nicht. Ich versuche sie jetzt nochmal zu glitschen. Loading. 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 Tag 1. Ja. Versuch 1 ist wieder fehlgeschlagen. Leute. Der Tisch stand doch immer da. Voll. Der Tisch hat sich von alleine umgestellt. Das ist jetzt auch mal was Neues. Versuch 2 auch wieder geschlagen. Das könnte auch ... Nein, ich möchte nicht. Könnte aber auch sein, dass der Glitch entfernt wurde. Mhm. Ähm. Ja. Also das ist ... Mir gefällt die Ecke. Dann sind der Beppe jetzt immer lebig. Brauchen wir aber ja auch nochmal andere Folgen. Okay. Ich vermute es wird nichts mehr. Weil ich bin schon wieder gestorben. Tag 4 ist jetzt meine einzigste Herausforderung. Leute. Ja. Also ... Das wird nichts mehr. Da ist unser toller Topf. Und das ist heute. Es spielt alles verrückt. Junge. Das muss doch auch mal gehört haben. Nein. Doch. Lass mich rein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hey. Sind die jetzt automatisch? Ich hab ja grad die Batterie. Ähm. Gratulation, Granny. Ich hab ja gesagt, ich nehme nicht auf. Ähm. Ähm. Da hast du dein Teddy. Komm weh, du schmeißt noch eine Bärenfalle rein. Dann raste ich aus. Ja, du Teddy ist jetzt in der Bärenfalle. Da komm ich nicht mehr ran. Du siehst mich nicht. Kann ich den Teddy nicht mehr nehmen? Doch. Nein. Kann ich nicht. Hm. Die Leute verpackt ist es zum Beispiel. How to move. Geht doch. Sorry Granny, aber der Teddy. Ich glaub dem geht's nicht gut. Der ist ähm mit. Und wir kommen hier auch nicht mehr raus. Jetzt hab ich schon wieder den. Ja, ich hab ihn jetzt schon wieder in die Bärenfalle gelegt. Wie es sich gehört. Und Leute, wir sind für den Rest der Folge hier drin gefangen. Und die hat dann noch eine Bärenfalle. Ne? Unglaublich. 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 Unglaublich! Unglaublich! Okay, ich weiß jetzt auch nicht mehr. Nein, das sag ich dir doch nicht. Hier ist ein Witttan, das leg ich dahin, wo dein Teddy lag. Genauso wie eine Batterie. Da sind dann die beste Freunde. okay ich weiß nicht mehr was wir hier groß machen sollen ja ja steck mal schon ein bisschen kann sie mich jetzt okay darf man denn bergverschläger überhaupt durch den teddy stecken darfst du das wenn ich jetzt runter geht können wir mal ein bisschen freundschaften auffahren und zwar hallo teddy wer wie heißt du denn ich heiße und wie heißt du ok du hast also marvin und ja ich weiß auch nicht mehr ich habe das alles ich weiß nicht ob ich jetzt wieder in der bernfalle darf er überhaupt in der bernfalle liegen darf er das das mache ich nicht mal nee also dann würde ich sagen wir haben jetzt ich stecke in der wand ja dann wende ich jetzt auch die folge